Du beschäftigst dich gerade mit GarageBand, kennst du dich nicht so gut aus mit der App, weißt im Moment nicht weiter, du schaust ewig lange Videos, wo am Ende eigentlich gar nichts hängen bleibt. Das hat jetzt ein Ende. Willkommen Musik und Technikfreund, mein Name ist Chris und du schaust gerade meine Videoreihe GarageBand Tutorial. Wie du von einem Anfänger zu einem professionellen GarageBand Benutzer wirst, erkläre ich dir Step by Step. Los geht's mit dem ersten Video über das Layout. Wenn du das erste Mal GarageBand öffnest, klickst du hier oben auf Plus, um ein neues Projekt anzulegen. Um den vollen Umfang zu nutzen, kannst du im Sound Library zusätzliche Sounds oder Instrumente laden oder wieder löschen, wenn du diese nicht mehr benutzen magst, falls du wenig Speicher haben solltest. Extern bedeutet, wenn du weitere Apps mit Instrumenten von Drittanbietern einspeisen willst. Dazu findest du im App Store jede Menge Auswahl. Jetzt erkläre ich dir das Arrangement Fenster. Dazu tippe ich jetzt einmal auf das Mikrofon. Links oben das kleine Blatt mit dem Knick dient zum Speichern des Projekts und ich rate dir schon jetzt, wenn du schon einiges aufgenommen hast, immer wieder zwischenzuspeichern. Sonst könnte bei einem eventuellen Absturz dein Projekt beschädigt oder der letzte aufgenommene Part verschwunden sein. Mit den drei kleinen Kästchen kannst du ein anderes Instrument in der aktuellen Spur auswählen. Gleich daneben findest du die Gesamtspuransicht oder öffnest damit zum jeweiligen Instrument das Bedienfenster. Mit dem kleinen Icon mit den vielen Reglern kannst du den Klang deiner Spur einstellen. Die Lautstärke, das Panorama, Stummschalten, Solo anhören, Kompression, Echo oder Hall zur Spur hinzufügen. Mit dem FX kannst du zusätzliche Effekte auf alle deine Spuren hinzufügen, sei es mit dem Finger oder indem du das iPad oder iPhone schwenkst. Mit dem Lock-Icon bleibt der Effekt bei der letzten Position, die du ausgewählt hast. Mit der Pfeiltaste kannst du die letzten Schritte rückgängig machen. Hier oben siehst du die Taktzahlen. Wenn du die Abspielposition verschiebst, siehst du im Taktlineal, bei welchem Takt du dich gerade befindest und auf welchem Schlag. Das hilft dir vor allem bei der Orientierung, wenn du mit zwei Fingern reinzoomst. Mit diesem Knopf gelangst du wieder ganz zum Anfang. Der dient zum Abspielen und der rote zum Aufnehmen. Hier stellst du die Lautstärke ein, wie laut oder leise alles abgespielt werden soll. Hier schaltest du das Metronom ein oder aus. Hier findest du diverse vorinstallierte lizenzfreie Loops, die du sogar nach der Suche filtern kannst. Blau steht für Audioaufnahmen, grün für MIDI, gelb für virtuelle Drummer. Bei Dateien kannst du deine bereits fertig produzierten Songs einfügen und bei Musik nur solche, bei denen du die Urheberechte besitzt. Hier unten kannst du die Lautstärke deines Loops bereits schon vorher einstellen, bevor du ihn in die Spur ziehst, in welche er dann erklingen soll. Bei Einstellungen kannst du dein Metronom einstellen, ob er einzählen soll, Klickgeräusche abändern, sowie die Lautstärke des Klickgeräusches bestimmen. Bei Tempo kannst du die Geschwindigkeit deines Songs bestimmen, indem du zum Beispiel auf Tab Tempo klickst oder den Regler betätigst. Bei Takt, deine Taktart deines Songs. Und hier die Tonart deines Songs. Dies ist vor allem wichtig, wenn du viele Loops benutzen solltest. Wenn du wissen willst, wie lange dein Song bereits dauert, kannst du das Taktzahl-Lineal in ein Zeitlineal umwandeln. Hier bei Plus kannst du die Taktzahl deines Songs einstellen. Neue Projekte starten immer mit 8 Takten. Um dies zu erweitern, musst du auf das kleine Pluszeichen tippen. Die Abschnitte dienen dir als Hilfestellung zur Orientierung, in welchem Songpart du dich gerade befindest. Diese kannst du auch duplizieren. Mit Hinzufügen kannst du einen weiteren leeren Abschnitt erstellen. Die Längen der Abschnitte kannst du anpassen, indem du auf das I tippst. Um diese komplett zu löschen, musst du auf Bearbeiten tippen. Wenn du jetzt nochmal auf einen Abschnitt tippst, bedeutet automatisch, dass du so viel aufnehmen kannst, wie du magst. Insgesamt bis zu 72 Minuten. Ansonsten stopp deine Aufnahme nach den angegebenen Taktzahlen. Mit Plus fügst du eine weitere Spur hinzu. Und hier kannst du das Seitenfenster auf- oder einklappen. Wenn du plötzlich nicht mehr weiter weißt, kannst du auf den Hilfeknopf drücken. Wenn du AirPods zum Abhören benutzt, wird es Latenzen geben. Ich empfehle dir auf jeden Fall, den Klinkenstecker zu benutzen beim iPad oder die normalen Kopfhörer mit Lightning-Anschluss bei einem iPhone. So wirst du auf jeden Fall latenzfrei aufnehmen und produzieren können. Das war GarageBand Teil 1 für Layout. Im Teil 2 sindst du dann noch mehr. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Am besten ein Abo, die Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, serv Untertitelung des ZDF, 2020